Kapitel 7 Nachdem sie die Karten auf Nikolas Computer gebucht hatten, ging Lauren in ihr Zimmer zurück. Sie hatte eine Stunde Zeit, um sich zu entscheiden, was sie am Abend tragen würde. Sie wusste, dass es schick sein musste, aber es sollte auch schön sein. Sie suchte ihren Kleiderschrank durch, aber fand nichts für den Anlass, bis die glitzernde Reflexion der Sonne ihren Blick auf etwas Zusammengefaltetes in der Ecke des Schrankes lenkte. Sie legte das Kleid offen, es war von leicht goldener Farbe, und als sie es gegen ihren Körper hielt, reichte es bis zum Knöchel. Es war das Kleid, das ihre Mutter zum Abschlussball ihrer Schulzeit getragen hatte, aber es war noch heute sehr schön und passte Lauren gut. Sie zog es vorsichtig an, um es nicht zu verderben, und ging darauf barfuß ins Badezimmer und sah sich im Spiegel an. Sie sah gar nicht wie ihre Mutter aus, sie war jünger und sie war frei. Aber sie sah betörend aus in dem Kleid. Dazu gehörte sogar noch eine kleine Jacke in passender Farbe, und sie erinnerte sich plötzlich, als sie sich im Spiegel sah, dass sie die Kleider ihrer Mutter ausprobiert hatte und sich dabei wie eine Prinzessin vorgekommen war. Das war heute nicht anders. Sie band ihr Haar adrett nach hinten in einen festen Knoten, aber als sie wieder in den Spiegel sah, fand sie, dass dies nicht zu dem Kleid passte. Also nahm sie ihre Haare mit ihren flinken, schlanken Fingern wieder herunter und zog sie nach rechts, sodass es über ihre frei liegende Schulter wogte. Sie lächelte zufrieden und machte sich auf die Suche nach passenden Schuhen. Ihr Blick fiel auf goldene Sandalen, aber sie entschied, dass diese nicht formell genug waren. Dadurch kamen sie auf ihre Kittenheelschuhe. Sie waren nicht goldfarben, aber sie passten doch zu dem Kleid mit Jacke, also zog sie sie an und ging ins Badezimmer zurück, um ihr Make-up zu machen. Nikolaus rückte gerade vor dem Spiegel im Badezimmer seine Krawatte zurecht, als sein Blick auf seine Haare fiel und er sich plötzlich erinnerte, dass er so schick wie möglich aussehen musste. Mit einer Hand fummelte er an seinen Haaren, mit der anderen versuchte er, seine Krawatte wieder aufzumachen und ärgerte sich zusehends und regte sich auf und wurde ganz nervös. Er nahm eine schwarze Fliege aus dem Kleiderschrank und band sie so sorgsam, wie er konnte und vergaß seine Haare. Schließlich schnappte er sich seine Schlüssel, fuhr sich mit der Hand durch sein ordentliches silbriges Haar und verließ lächelnd das Zimmer. Sie hatten sich in der Lobby verabredet, also sprang er nach unten und setzte sich in einen der majestätischen Sessel und wartete auf Lauren. Ängstlich blickte er auf seine teure Armbanduhr, 15 Minuten vor der verabredeten Zeit, aber er war immer gerne früh. Als er jedoch aufsah, war sie da und sah in ihrem goldenen Kleid und den Kittenhiels unglaublich aus. Er konnte nicht umhin bei dem Gedanken zu lächeln, dass er sie in die Oper begleiten würde. Sie nahm sofort seinen Arm, als sie durch die doppelten Türen des Hotels gingen. »Nicholas sah auf den Boden.« »Ich habe Glück, dass ich den Abend mit dir verbringen kann,« sagte er, »und ich bin froh, dass das Theater 15 Minuten entfernt ist.« »Tatsächlich wünschte ich mir, es wäre noch viel weiter weg.« »Wie kommst du denn darauf?« kicherte Lauren und schüttelte ihren Kopf, wie absurd das war. »Ich versuche dir zu sagen, dass ich meine Zeit gern mit dir teile,« seufzte er, während seine Augen immer noch auf den Boden gerichtet waren. »Ach so,« sagte Lauren und lächelte, »Danke.« Sie unterhielten sich locker, als sie gingen, bis sie das Theater erreicht hatten. Es war von einem schönen Garten umgeben, mit gut gemähtem Rasen und Blumen, die in Reihen und vielen anderen Formationen angepflanzt waren. Das Theater selbst sah wie ein Landhaus aus, mit einem großen, einladenden Eingang und Fenstern mit weißen Spitzengardinen. Im dämmerigen Licht des Spätnachmittags waren einige Scheinwerfer leicht unterhalb des Gebäudes schon eingeschaltet, die dem Theater eine bezaubernde Beleuchtung schenkten. Viele Leute liefen draußen umher, wahrscheinlich Touristen, weil sie Kameras dabei hatten, wohingegen die Einheimischen und ein paar Journalisten eine Schlange vor dem Eingang gebildet hatten. Die Schlange bewegte sich schnell und im Nu saßen sie auf ihren Plätzen, die beiden letzten, die sie nebeneinander finden konnten. Der Zuschauerraum war noch verblüffender, mit dem schwungvollen, dunkelroten Dekor und den verschiedenen Ebenen und Sitzreihen für die Zuschauer. Es war für beide eindrucksvoller als alles andere, was sie je gesehen hatten. Von der Decke hing ein fantastischer, riesiger Kronleuchter aus der Mitte eines klassischen Gemäldes mit Wolken und Engeln. Lauren drückte Nicholas die Hand und bemühte sich, keinen Laut der Anerkennung für so viel Schönheit von sich zu geben. Sie sah sich um, sah die Reihen sich schnell füllen und den Raum immer voller werden. Das Orchester stimmte sich ein und Nicholas grinste und wandte sich zu Lauren. Das gefällt mir immer am besten in einer Vorstellung mit Musik, aber es ist auch der am meisten unterbewertete Teil, wenn das Orchester die Instrumente stimmt. Ein ganz besonderes Geräusch, das es verspricht so viel mehr, erklärte er. Dann schlossen sich plötzlich alle Türen zur gleichen Zeit, das Licht im Zuschauerraum wurde dunkel und es wurde im Orchestergraben hell. Der Dirigent kam hinein und das Publikum applaudierte, als er sich umdrehte und seinen Taktstock aufnahm. Langsam begann die Musik, zuerst leise und sanft, aber immer schön. Bald wurde sie lauter und schneller, aber immer noch faszinierend sanft. Dann kam sie zu einem Ende. Das Publikum brach in ein wahres Chaos von Applaus und Jubel aus. Der Dirigent blieb während dieses Trubels ruhig und begann sein Dirigieren erst wieder, als das Publikum sich wieder beruhigt hatte. Jetzt aber waren seine Bewegungen anders, enthusiastischer und stärker, weil die Melodie schnell und kraftvoll war, als der Vorhang sich hob und das Publikum wieder applaudierte. Die Bühne war toll, mit so vielen Menschen, die darauf herumliefen, ein paar saßen an Tischen. Die Kostüme waren prachtvoll, die Männer in Anzügen mit Fliegen, die Frauen in großen Abendkleidern. Bald fingen sie an zu singen, Noten und Melodien leicht, genau wie die Musik, die jetzt im Hintergrund zu sein schien. Die Musik änderte sich dann wieder mit triumphalerem Ton und schnellerem Tempo. Lauren und Nicholas sahen gebannt zu, als einer der Sänger mit einem Champagnerglas nach vorne kam. Seine Stimme war tief und kraftvoll, mit erstaunlich starkem Vibrato. Die anderen Sänger sangen bald mit, dann folgte ein Solo einer Sängerin. Es war eine freudige Feier von Talent und Fähigkeiten, als sie sangen und lachten und auf der Bühne paradierten, manchmal alles zur gleichen Zeit. Das Lied endete mit einem Knall und das Publikum applaudierte wieder. Dann begannen sie wieder zu singen, aber die weibliche Hauptfigur fiel fast in Ohnmacht und hustete, als ihre Partygäste den Raum verließen. Danach folgte ein Duett zwischen ihr und der männlichen Hauptfigur, an dessen Ende sie sich küßten und das Publikum brach wieder in riesigen Beifall aus. Die Partygäste kamen wieder auf die Bühne und alle sangen im Chor. Dann war die Frau allein auf der Bühne und die Sängerin gab eine ganz hervorragende Arie mit sehr viel kraftvoller Emotion. Ihr Stimmumfang war eindrucksvoll und sie konnte die hohen wie auch die tiefen Töne gleich gut singen und sich gleichzeitig gut auf der Bühne bewegen. Und es sah alles sehr leicht aus. Nachdem sie fertig war, fiel der Vorhang als Zeichen, dass der erste Akt zu Ende war und das Licht im Zuschauerraum ging an. Lauren drehte sich zu Nicholas und grinste glücklich. »Großartig«, rief sie, »ich habe keine Ahnung, was da los war, aber es ist großartig. Ich mag das, du auch?« »Man müsste ja blöd sein, das nicht zu mögen. Alle mögen das. Die Stimmen sind großartig, das Orchester ist brillant, genau wie der Dirigent«, antwortete Nicholas und lächelte liebevoll über Laurence' Ereiferung. Sie saßen noch weitere 15 Minuten, bevor der Dirigent das Orchester wieder zum Spielen brachte und der Vorhang aufging. Nur der männliche Hauptdarsteller war auf der Bühne und sang ein kräftiges Lied und sah dabei ganz nett aus, dachte Lauren in seinem Morgenmantel und mit einem Glas Champagner. Er beendete sein Lied mit einem kraftvollen hohen Ton und das Publikum klatschte und jubelte laut. Dann kam noch die weibliche Hauptfigur, auch im Morgenrock, und ein Mann im Anzug und Zylinder dazu. Er ging und die Frau läutete nach einem Diener, dem sie einen Brief gab, bevor sie mit einem Solo weitermachte. Der männliche Hauptdarsteller kam wieder, er war allein, und er bekam den Brief überreicht. Er las den Brief und sang ein unglaublich emotionales Solo. Dann kam der Mann im Zylinder wieder. Sie sangen eine Zeit lang zusammen, dann fiel der Vorhang. Diesmal waren Nicholas und Lauren zu sehr von der Vorstellung gefesselt und unterhielten sich nicht. Als die Oper weiterging, waren die Frauen in Rot gekleidet, die Männer trugen dieselben Anzüge mit Fliege wie im ersten Akt. Sie sangen alle, und ein Paar der Frauen, die die eng sitzende Kostüme trugen, tanzten und spielten Tambourin. Die Heldin trug ein großes schwarzes Kleid. Die Gäste begannen, aus dem Saal zu gehen. Der Held wurde von einem anderen Mann aus dem Saal geführt. Die Heldin kam ein paar Sekunden später auf die Bühne und sang ein Duett mit dem Helden, der ihr auf die Bühne gefolgt war. Lauren und Nicholas sahen gebannt zu, voll Ehrfurcht vor der Oper und den Sängern, bis dieser Akt auch zu Ende war und der Vorhang fiel. Als der Vorhang wieder aufging, lag die Heldin im Bett. Die Musik war melancholisch, das Licht bläulich und verdunkelt, mit einer Kerze neben ihrem Bett. Die Handlung war jetzt leichter zu verstehen, und sie sangen und weinten. Die Lieder waren voll von subtilen und sorgsam ausgefeilten Emotionen, Tempos und Dynamik. Am Ende, als Violetta, die Heldin, tot in Alfredos Armen lag, Alfredo war der Name des Helden, schluchzte Lauren und sogar Nicholas schnüffelte sehr leise. Das Licht ging an und alle machten sich fertig zum Gehen. Nicholas stand auf und stupste Lauren an, die an ihrem Platz festgefroren zu sein schien. Sie sah ihn an, ihre großen Augen füllten sich mit Tränen. »Warum müssen so viele Leute in dieser Geschichte für die Liebe sterben?« fragte sie Nicholas und sah es noch immer. »Es ist eine Tragödie, Lauren, und es ist nur eine Geschichte. Sowas passiert im wirklichen Leben nicht so oft,« versicherte er ihr, nahm seine Jacke und zog sie an. »Also komm jetzt, Gelato wartet.« Lauren nickte, lächelte und tupfte ihre Augen mit einem verknitterten Papiertaschentuch. Nicholas nahm ein sauberes Stofftaschentuch aus seiner Brusttasche und reichte es Lauren lächelnd, als sie das Theater verließen. »Also das ist etwas, was im wirklichen Leben passiert,« grinste er, und sah zu, wie sie ihr Gesicht wischte und ihm das Taschentuch dann wiedergeben wollte. »Nein, behalte es bitte. Ich habe noch nie jemand unter 40 mit einem Stofftaschentuch gesehen, und ich möchte glauben, dass ich da etwas verändert habe.« Sie fanden eine Eisdiele, wo Lauren sich eine Kugel Stracciatella und Nicholas eine Kugel Tiramisu kauften. Das hatte er noch nie vorher ausprobiert. Glücklicherweise mochte er es und er aß es hungrig, während sie zum Hotel zurückgingen. Lauren schien ihr Gelato auch zu mögen und keiner von beiden redete, bevor sie mit Essen fertig waren. Und als sie fertig waren, gingen sie einfach locker nebeneinander her, stillschweigend, aber es war eine angenehme Stille. Bald hatten sie das Hotel erreicht und sie wurden von der Doppeltür begrüßt. Nicholas ging sicher, dass Lauren vor ihm herging, weil er der perfekte Kavalier sein wollte. Sie gingen zusammen hinauf. Lauren stand mit Nicholas vor ihrem Zimmer. »Danke für diesen Abend, das war echt toll, und wir hatten Gelato«, lächelte sie. »Gern geschehen und schlaf gut«, sagte er und nahm sie in den Arm. Sie nahm den Schlüssel aus ihrer Tasche, öffnete die Tür, und sah zu, wie Nicholas den Flur entlang ging, bevor sie in ihr Zimmer ging.